Kaya Gerber, die bildhübsche Tochter von Supermodel Cindy Crawford, startet bereits mit 15 Jahren im Modelgeschäft so richtig durch. Auch auf Instagram läuft es für sie mehr als nur gut. Dort sammeln sich mittlerweile schon mehr als 1,4 Millionen Abonnenten. Jetzt sorgt die 15-Jährige mit einem Selfie für jede Menge Gesprächsstoff im Internet. Dort sieht man sie nur leicht mit einem Bademantel bekleidet. Bei ihren Fans trifft sie damit auf starke Kritik. In den Kommentaren liest man Sätze wie Viele Fans nahmen das 15-Jährige Model auch in Schutz und schrieben, dass das Bild nicht so schlimm sei. Aufmerksamkeit brachte das Bild zweifellos. Das Selfie wurde bereits mehr als 130.000 Mal geliked.